Hallo ihr Lieben, in diesem Video zeige ich euch unglaubliche, tolle Tipps und Tricks mit Klarspüler, was du alles in deinem Haus machen kannst. Mit Klarspüler kann man nicht nur in die Geschirrspülmaschine tun, sondern du kannst alle Oberflächen aus Edelstahl damit zum Strahlen bringen. Tust du auf ein Tuch, so wie ich gemacht habe, und wisst du mit einem Tuch die ganzen Oberflächen von Edelstahl. Ich habe hier die Geschirrspülmaschine von außen gereinigt. Die Töpfe, wenn Flecken haben oder Bratpfanne, kannst du 5 Sekunden zum Strahlen bringen. Die Töpfe, die Edelstahl habe ich damit gereinigt. Die Armaturen im Badezimmer glänzen wirklich wie neu mit Klarspüler. In Sekunden kannst du damit reinigen. Die ganze Flecken und Kalk verschwindet super schnell durch die Kraft von Klarspüler. Ich habe jetzt die Boden gereinigt und zum Glanz gebracht. Ich habe in eine Schüssel Klarspüler getan, warmes Wasser, 1-2 Löffel Salz und 2-3 Tropfen ätherisches Öl, deine Wahl, für einen schönen Duft. Und damit habe ich die Boden super sauber in ein paar Sekunden. Schaut euch an, wie glänzt diese Boden in ein paar Sekunden zum Strahlen gebracht. Du musst unbedingt diese Tipps einmal probieren. Schaut euch an, hier im Badezimmer die Fliesen, wie toll sie glänzen. Damit kannst du auch die Flecken vom Teppich super schnell verschwinden die Flecken mit dem gleichen Wundermittel Klarspüler. Jetzt habe ich einen anderen Tipp für euch. Ich habe ein Glas Klarspüler in eine Sprühflasche getan, ein Glas Essig dazugeben und damit kann man wirklich reinigen, das ganze Badezimmer. Ich habe hier die Flecken von Tür sauber gemacht. Alles glänzt wie neu. Die Fenster damit sogar kann man putzen. Ich habe es nicht geglaubt, bevor ich das selber probiert habe. Ich war überzeugt von dieser fantastischen, einfachen und günstigen Klarspüler. Schaut an, die Fenster glänzt wunderbar mit Klarspüler. Klarspüler und Essig habe ich hier zusammen. Damit habe ich auch die Waschbecken sauber gemacht. Jetzt glänzt die Waschbecken. Ich zeige euch, damit kann man versiegeln und neu Glanz geben. Das ist ein Abperlen-Effekt, das heißt, Kalk und Flecken können nicht mehr so schnell entstehen. Dadurch kannst du weniger putzen, nicht so oft. Ich habe die Fliesen im Badezimmer auch super schnell sauber gemacht. Einfach mit der Sprühflasche gesprüht, Essig und Klarspüler einwirken lassen, circa 10 Minuten. Zwischendurch habe ich die Toilette auch sauber gemacht. Einfach sprühen überall, einwirken lassen, 10-15 Minuten, danach mit Bürste kurz durchwischen. Und du wirst dir wundern, wie glänzt wirklich die ganze Toilette. Und du wirst dir wundern, wie glänzt wirklich die ganze Toilette. Das war für mich das beste Trick überhaupt, die Fliesen zu sprühen mit Essig und Klarspüler. Danach habe ich wirklich nur mit Dusche mit Wasser gesprüht. Und braucht man nicht reinigen und der Staub, der Schmutz, alles verschwinden, Fettflecken, Kalkflecken verschwinden, fast von alleine, die ganze Badewanne, die Dusche kannst du damit reinigen. Das ist wirklich ein Wundermittel. Probiere es unbedingt diese Tipps einmal aus, du wirst begeistert sein. Ich wünsche dir alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ich wünsche dir alles Gute.